Du stehst da und du kannst auch nichts mehr verändern. Mein Ziel wäre nur einfach weiterkommen. Wenn wir hinterher noch eine Woche hierbleiben dürften, wäre wirklich ein Traum. Und es scheint, als ginge Philips Traum in Erfüllung. Dankeschön. 3,8 Kilo in der zwölften Woche ist es heftig. Philipp, minus 3,8 Kilogramm in der zwölften Woche. Wahnsinn. Respekt. Ich habe irgendwann gedacht, wann hat er das getan? Wann hat er 3,8 Kilo abgearbeitet? Aber Philipp schwitzt wirklich bei jeder Sporteinheit wahnsinnig. Der ist, Philipp ist Abriss, immer. Ich glaube, der Besuch deiner Schwester kam genau zur rechten Zeit, um hier nochmal echt die Kurve zu kriegen und dass du so abgeliefert hast. Ein wahnsinnig gutes Ergebnis, gerade für Woche 12. Und das hätte ich ihm wirklich nicht so getraut. Sehr stark, Philipp hier. Ich habe auch den Bauch hingezogen. Achso, oder? Jetzt müssen wir diese Woche das Pensum nochmal erhöhen, damit wir noch mehr schaffen. Ja. Und ganz gut. Das war es.